Natürlich ist wieder mal das Wetter schuld, an der desaströsen Wahlbeteiligung, zumindest mit Schuld, dass nur knapp jede und jeder Zweite gestern gewählt hat. Darin sind sich die geschockten Politiker heute einig, aber dann ist es auch schon vorbei mit der Einigkeit, denn am Tag danach schieben sich jetzt alle gegenseitig die Schuld zu. Interessant, auch innerhalb der ÖVP. Vorsichtig kritische Stimmen kommen heute aus der ÖVP. Außenminister Spindleger. Für mich ist das Entscheidende, dass wir insgesamt bei der nächsten Wahl die Bürger durchaus ermuntern, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Lehre. Der Tiroler Landeshauptmann Platter hält auch nach der Wahl nichts davon, weiß zu wählen. Ich habe selbst einen Aufruf gemacht an die Bevölkerung, dass man sich an der Wahl beteiligen soll und habe mich auch öffentlich deklariert, dass weiß wählen keine Antwort ist. Niederösterreichs Erwin Preul, der immer für eine ÖVP-Kandidatur eingetreten ist. Sie kennen meine Meinung, die hat sich in den letzten Monaten nicht geändert und dabei bleibt es. Trotz der Dissonanzen in seiner Partei will der ÖVP-Chef von einem Konflikt rund um die Bundespräsidentenwahl nichts wissen. Definitiv nicht ein einhelliger Partei-Vorstandsbeschluss, einhellig getroffen. Gehe ich davon aus, dass sich alle daran halten. Für die niedrige Wahlbeteiligung sei nicht die ÖVP verantwortlich, so Preul, sondern der inhaltsleere Wahlkampf und die fehlende Mobilisierung der SPÖ-Wähler. Eben, Schuld ist immer der andere. Bei mir ist Fritz Sittelbacher aus der zweiten Bild-Innenpolitik-Redaktion. Es rumort also ganz schön in der ÖVP zu Recht. Josef Bröll war natürlich in einer ziemlichen Zwickmühle bei dieser Wahl. Hätte er einen Gegenkandidaten aufgestellt, hätte er die höchstwahrscheinliche Niederlage verantworten müssen. Und jetzt beim Nichtantreten ist es eben die angeblich vertane Chance oder auch die niedrige Wahlbeteiligung. Dass er jetzt sagt, die SPÖ ist schuld wegen mangelnder Mobilisierung, ist natürlich kurz. Was er aber nicht geschafft hat, das kann man ihm schon vorwerfen. Man hat nicht gewusst, was die ÖVP will in dieser Wahl. Und das ist etwas, was für eine sehr große staatstragende Partei schon seltsam ist. Dass eine jetzige parteiinterne Kritiker allerdings bei einer Wahlniederlage auch gern mitgezahlt hätten beim teuren Wahlkampf, das darf auch bezweifelt werden. Jetzt steht ja überhaupt die Wiederwahl zur Diskussion. Erwarten Sie da rasch große Änderungen? Es ist ein wenig eine Anlassgesetzgebung, für die da Anlass fehlt. Die nächste Wiederwahlmöglichkeit wäre nach zweimal sechs Jahren, also 2022, dass sich daher jetzt schon eine Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung findet im Parlament. Da braucht man auch die Opposition dazu. Ist ja nicht vollkommen undenkbar, aber für mich doch ziemlich unwahrscheinlich. Vielen Dank.